Hi, hier ist Toni von Game of Lose. Willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Wir reden heute über die Januar-Box aus dem Jahreskalender. Ich habe das zwar schon mit den Monatsboxen geanboxt, aber ich habe mir gedacht, ich mache da jetzt eine extra Playlist, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, verlinke ich euch den Rest hier oben auch nochmal dann in der Ecke, wenn es dann hochgeladen ist und wenn alles soweit live ist. So, genau. Wir starten in den Januar, in die 01 sozusagen und da hatten wir von Abu Garcia etwas drin. Ein schöner Wintersnack Happy New Year, stand da damals drauf. Und genau, das war ein schöner Glidebait von Abu Garcia, das war Zonka, der Max-Snack. 90 mm, 22 g, lauftiefen 0,3 bis 1,5 m in der Farbe Black, nein, nicht Black, in der Farbe Real Chartreuse SVZ, was auch immer das bedeutet. Ich hole den mal raus, der blende schon wieder hinten im Fenster. So, da ist er einmal. Schöner Glidebait, schöner UV-aktiver Bauch, schönes großes rotes Auge und vom Dekor, ja, doch relativ natürlich mal abgesehen von dem UV-aktiven Bauch, den man hier so sieht. Okay, das war der Januar. Dann danke für eure Aufmerksamkeit und die Februartür kommt gleich hinterher.